Hallo zusammen und willkommen auf dem YouTube-Kanal Warum Skeptisch sein. Heute ist die zweite Teil von der Analyse von dieser Information, die UFO existieren. Und heute werden wir reden über Kornkreis. Okay, so wir haben angefangen diese Videoserie über UFO, wie eine Diskussion zwischen zwei Leuten. Und hier dieser Mann sagt, Kornkreis sind Beweise für die Existenz von UFO. Und ja, diese Frau in diesem Fall wird die Analyse von dieser Information machen. So, die Kornkreise sind diese Zeichnungen, die man kann manchmal im Kornfeld finden. So, es gibt sehr viele Kornkreise, so wie Sie können hier sehen. Und die Leute, die finden diese Kornkreise, die denken, dass aliens haben das gemacht, haben dafür verschiedene Argumente. Und Sie sagen erst, diese Figuren sind zu perfekt, um von Menschen gemacht zu sein. Das ist zu perfekt. Die Figuren sind in wenigen Sekunden entstanden. Es sind Energien in der Figur und wenn man ein Bild innerhalb der Kreis macht, kann man unnatürliche Dinge sehen. So, vor ich mache eine Analyse von dieser Information, man kann erst sehen, dass was passiert hier ist der Fort-Effekt. Das heißt, wir haben schon über das gesehen, gesprochen und wir haben gesagt, das ist eine argumentative Stapel. Das heißt, wir kriegen sehr, sehr viele Argumente in einem kleinen Zeitbereich. Und ja, es scheint, es ist wahr. Es scheint, es ist wahr, weil wir kriegen alle diese Informationen und wir haben keine Zeit, um diese Informationen zu analysieren. Und am Ende, ja, wir wollen denken, es ist wahrscheinlich korrekt. Und so am Ende, ja, wir denken, Menschen können nicht das machen. Es ist zu kompliziert und so weiter. Aber noch einmal, das heißt, der Fort-Effekt. Um unsere Meinung zu bauen über diesen Kornkreis, müssen wir diese Information analysieren, Stück pro Stück. So, die erste, die zweite und so weiter. Okay, und das machen wir jetzt. Okay, so fangen wir an mit der Analyse von diesen zwei ersten Argumenten. So, die Figuren sind in wenigen Sekunden entstanden und es sind Energien in der Figur. So, erst würde ich sagen, dass die Figuren sind in wenigen Sekunden entstanden. Das ist eine Meinung. Weil die Person, die sagt das als Argument, war nicht da, wenn es war gemacht. So, es ist nur eine Meinung. Sie sagt, ja, ich denke, es ist in, ich glaube, es ist in wenigen Sekunden entstanden. Es ist nur eine Meinung. Und dann, es sind Energien in der Figur. Es ist ein subjektives Gefühl, weil diese Leute sagen, ja, ich fühle etwas in meine Hand, in meinen Körper oder etwas so. Ich fühle, dass es gibt Energien in der Figur. So, ja, alles das ist Meinung, Subjektivgefühl und haben wir schon gesehen, dass diese Dinge mit Gewichtung von Beweis sind schlechte Beweise. Meinung und Subjektivgefühl sind schlechte Beweise. Können wir nichts machen mit das. Danach würde ich eine Begriffsanalyse machen auf der Wort Energie. So, was heißt Energie? Hier, das ist nicht ganz klar, was sie meinen mit Energie. Die Leute, die benutzen solche Worte, manchmal diese Worte ist benutzt für sehr, sehr viele Sachen und ja, es ist nicht immer klar. Und in diesem Fall, in die Kornkraft, heißt die Leute, die messen Energie, sie sagen, dass sie messen in einer Einheit, die heißt Bovis. So, sie müssen nicht fragen, was ist Bovis genau oder ob es heißt, ja, weil wir wissen nicht genau, eigentlich es hat keinen wissenschaftlichen Grund, diese Bovis Anheit. Und wie messen sie das, diese Leute? So, sie benutzen diese Skala. So, es geht von 0 bis 120.000. So, von 0 bis 20.000, das ist die physische Teil. So, das heißt unsere Welt, das wir sehen jeden Tag. Danach von 20.000 bis 40.000, das ist Energie. Energie-Welt, würde ich sagen. So, was heißt Energie, normal, das ist nicht ganz klar. Und von 40.000 bis 120.000, das ist spirituelle Welt. So, hier, das ist ja, es gibt sehr viel Energie und so weiter. Und was sie machen? Sie benutzen solche, solche Objekte, so eine Pandel. Und sie machen diese, ja, Pandel, bewegen oben diese Skala. Und abhängig, in welche Richtung es bewegt, man weiß, wie viel Energie, so wie viele Bovis es gibt auf diesem Platz. So, ja, die Leute benutzen das. Und hier würde ich sagen, wir können benutzen dieses Werkzeug, Maxim von Jum. So, das heißt, die Leute, die benutzen solche Geräte, solche Methoden sagen, dass sie können spezielle Energie entdecken. So, diese Energie, wir wissen nicht genau, was es ist und, ja, niemand hat das entdeckt. So, das heißt, sie entdecken, sie, ja, sie entdecken etwas, das niemand hat entdeckt bis jetzt. So, Maxim von Jum sagt, wenn es ist eine, ja, unglaubliche oder, ja, eine sehr spezielle Aussage. Hier, das ist eine spezielle Aussage. Wir können entdecken etwas, das niemand hat entdeckt bis jetzt. In diesem Fall brauchen wir eine sehr gute Beweise. Und, ja, und dieses Ding mit der Pandel, mit der Skala, das ist nicht eine gute Beweise. Wenn jemand kann entdecken, solche Energie, spezielle spirituelle Energie, man muss eine sehr gute Beweise haben. Und diese Pandel-Geschichte, das ist nicht eine gute Beweise. Okay, machen wir eine Analyse von einem anderen Argument. Wenn man ein Bild innerhalb der Kreis macht, kann man natürlich Dinge sehen. So, ja, es gibt ein paar Bilder, wo man kann solche Lichtpunkte sehen. Und, das heißt, ja, Geisterfleck, das ist die, die Name von dieser Sache. Hier noch einmal in eine, ja, man kann sehen, hinten die Kornkreis. Und das ist auch etwas andere von Astronogex. Astronogex ist eine, äh, französische, französische YouTuber. Äh, er ist auch eine Skeptiker. Und, äh, ja, man kann sehen, alles diese, äh, weiße Punkt. Und, äh, ja, das ist, äh, unnatürliche, die Dinge, ja. So, äh, eigentlich, es gibt diese Astronogex. Er hat einfach einen Test gemacht. Er ist auch eine, äh, er hat eine Leidenschaft. Er ist einfach Fotografie. So, er macht Foto. Und, äh, er hat einen Test gemacht. Er hat, äh, diesen Mann fotografiert. So, einfach eine erste Foto. So, und danach hat er ein bisschen geputzt in seinen Raum. So, er hat ein bisschen Staub bewegen. Und danach hat er die gleiche Bild genommen. Und hier, man kann sehen, dass, ja, es gibt, äh, es gibt diese weiße Punkt. So, es ist, ja, man kann nicht sehen, ob in der Kornkreis das war die gleiche Dinge. Das heißt Staub oder Geist. Aber auf jeden Fall, hier können wir Ocam Rasier benutzen. So, Ocam Rasier sagt, dass, wenn wir haben zwei Erklärungen, es ist besser zu denken, dass, äh, diese, die benutzt die, äh, äh, wenigste Zahl von, äh, Erklärungen oder von zusätzlichen Fragen ist wahrscheinlich wahr. So, hier haben wir eine Frage. Was sind diese weißen Flecke? Äh, äh, und, äh, wir haben zwei Erklärungen. Entweder es ist einfach Staub und in einem Kornkreis Staub. Es ist nicht, äh, komplizierender zu finden oder ist ein Geist. Und, äh, äh, Ocam Rasier sagt, ja, äh, Staub ist ein, äh, eine einfache Erklärung, die erklärt direkt, was sind diese, äh, äh, eh, weiße Flecke ohne zusätzliche Fragen. Und, äh, und Geist, natürlich, es bringt zusätzliche Frage, wie wissen wir, ob Geister existieren und warum es Geister auf dem Feld gibt und zu viele Fragen kommen dazu. So, Ocam Razer sagt, besser am Anfang zu denken, dass diese weißen Flecken sind Staub. Okay, so jetzt diese Informationen. Diese Figuren sind zu perfekt, um von Menschen gemacht zu sein. So, hier möchte ich reden über diesen Mann, der heißt Gilles Munch. Er ist ein Franzose, der hat gearbeitet für der Gepan. Gepan ist ein Teil von der CNES, eine wissenschaftliche Gruppe in Frankreich. Und er hat geschrieben, der WK-Bericht. So, was ist der WK-Bericht? Das ist ein Bericht, in welchem er hat gearbeitet, analysiert, kritisiert und eine wissenschaftliche Studie gemacht über Kornkreise. Und er hat gesagt, dass wenn ein Kornkreis ist gemacht von Menschen, dieser Kornkreis hat verschiedene Charakteristiken, die zeigen, dass es ist von Menschen gemacht. Und er hat eine Liste von acht Punkten gemacht. Und er sagt, wenn Menschen haben das gemacht, ein oder mehrere von diesen acht Punkten sind, ja, wach. Oder, ja, man kann das prüfen. Zum Beispiel, ja, Punkt Nummer eins, Sichtbarkeit. So, natürlich, weil die Leute, die machen Kornkreis, wollen, dass jemand findet, diese Kornkreis. Sie machen das nicht, dass versteckt irgendwo. Sie machen oft das neben eine Straße, neben eine Bahn zum Beispiel. Sie wollen sicher sein, dass in den nächsten Tag jemand wird das finden. Zur Sichtbarkeit ist sehr wichtig. Dann, es gibt zum Beispiel, ja, Punkt Nummer drei, Entschränkungen. Die Kornkreis sind immer mit einer Größe, die ein Mann oder eine Gruppe von Menschen können das machen. Es ist ja zum Beispiel 50 Meter, 100 Meter vielleicht. Aber es ist nie zum Beispiel, ja, ich weiß nicht, 100 Kilometer zum Beispiel groß. Ich denke für Aliens, warum nicht? Es wäre möglich. Ich habe keine Ahnung, aber warum nicht? Aber für Menschen natürlich, das wäre komplett unmöglich, in nur einer Nacht oder in einem Tag dazu zu machen. So, ja, Entschränkungen. Menschen können nicht tun, was sie wollen, sondern nur, was sie können. Und, ja, sehr viele andere Punkte, so zum Beispiel Nummer fünf, Zuverlässigkeit. Menschen machen immer Fehler. Und, ja, und es immer, wir finden kleine Fehler, zum Beispiel die Kornkreis, die sind nicht symmetrisch. Oder man kann finden eine Weg mit Füßen und so weiter. So, ja, es gibt immer kleine Fehler, die man kann finden. So, ja, so er hat diese List gemacht von verschiedenen Punkten. So, ja, diese Figuren sind so perfekt. Man kann ja noch mal das fragen, weil das ist nicht immer, ja, das ist nicht wahr. Eigentlich diese Figuren sind nicht perfekt. Und, ja, die Frage ist, wie können wir eigentlich wissen, ob eine Kornkreis ist menschgemacht oder nicht? Auf jeden Fall, auch wenn wir benutzen diese Bericht von WK, ist ein bisschen kompliziert zu sagen, weil, weil wir, es wäre gut, wenn wir hatten, schon eine Kornkreis, die ist von Allianz gemacht. Aber das Problem ist, wir haben keine. Weil, wenn wir haben eine, die ist von Allianz gemacht, wir können, ja, vergleichen die andere und sagen, ja, hier, das hat diese, solche Charakteristische und so weiter. Aber wir haben keine. Aber auf jeden Fall haben wir eine Lösung. Wenn wir können nicht selbst den Kornkreis analysieren, wir können analysieren, die Methode, die die Leute, die sagen, es kommt von Allianz analysieren. Das heißt, es gibt Leute, die sagen, dieser Kornkreis, zum Beispiel hier auf diesem Bild, kommt von Allianz. Menschen haben das nicht gemacht. Und was wir können machen, ist analysieren, warum diese Leute sagen das, warum sie denken, es kommt von Allianz. Und dafür, was wir können machen, ist geben an diese Leute einen Kornkreis, die war nicht von Allianz gemacht, aber von Menschen. Aber wir sagen nicht, dass es nicht von Menschen oder von Allianz gemacht ist. Wir machen einen Kornkreis und wir sagen nicht und wir gucken, was sagen diese Leute. Und ja, es gibt eine Gruppe von YouTuber in Frankreich. Sie haben das gemacht im Juni 2018. So alle diese Leute hier, fast alles, sind YouTuber von verschiedenen Kanälen. Sie machen ja kritisches Denken auch. Und hier rechts, das ist der Bauer, so der Landwirtschaftsbauer. Er, so sie haben ja diskutiert mit der Bauer und sie haben gesagt, ja, wir möchten einen Kornkreis machen in ihrem Feld. Und danach natürlich werden wir zahlen für die Korn, die ist kaputt. Und danach möchten wir warten und gucken, was ist passiert. Und was hat passiert? Eigentlich ist das sehr, sehr viele Leute in den nächsten Tag sind gekommen und Zeitungen und so weiter sind gekommen, um zu gucken, was ist passiert. Und sehr viele Leute sind gekommen, um zu analysieren, ob es war eine richtige oder was heißt richtige, aber ob diese Kornkreise war von Allianz gemacht oder von Menschen. Und ja, zum Beispiel hier, wir können sehen, diese Leute mit dieser Pandel, mit dieser Skala und so weiter, die analysieren die Energie in der Kornkreis. Und hier, wir können sehen, sie machen einen Kreis mit Hand und sie füllen diese Energie in der Kornkreis. Und was wir haben gesehen, ist, dass alle diese Leute haben gesagt, ja, dieser Kornkreis ist nicht menschlich und sprunglich. So, ja, das heißt für diese Leute, dieser Kornkreis ist gemacht von, ja, Allianz. So, das heißt, es gibt ein Problem mit diese Methoden, die sie benutzen, mit der Pandel zum Beispiel und so weiter, weil, ja, die, es gibt verschiedene Videos, vielleicht können sie das auf YouTube oder auf verschiedenen Zeitungen finden, wo die Leute sagen, ja, es gibt sehr, sehr viel Energie, wir sind auf, in einem spirituellen Level jetzt. So, das heißt, Allianz haben das gemacht. So, am Ende gucken wir nochmal unsere verschiedenen Punkte. Diese Figuren sind zu perfekt, um von Mensch gemacht zu sein. So, wir haben gesagt, dass nein, es gibt verschiedene Fehler in diesem Kornkreis. Die Figuren sind in wenigen Sekunden entstanden. So, das ist auch, ja, das ist nicht korrekt, weil niemand weiß, niemand weiß diese Information. Und normal, das ist etwas personal, etwas, äh, etwas subjektiv, ist nur eine Meinung. Und es sind Energie in der Figur. So, erst, das ist etwas subjektiv. Und zwei, wenn wir benutzen diese Methode mit der Skala, wir wissen nicht genau, wie es funktioniert. Und es scheint, es funktioniert nicht, weil diese Leute sind gekommen, auf diesen Kornkreis, äh, gemacht von der YouTuber. Und sie haben gesagt, es gibt Energie, weil meine Pandel sagt, es gibt Energie. So, das heißt, diese Pandel funktioniert nicht. Und wenn man ein Bild innerhalb der Kreis macht, kann man unnatürliche Dinge sehen. Wir haben gesehen, mit Ocam Rasier, das kann man, äh, erklären, äh, mit anderen Sachen. So, ja, wenn wir applizieren, äh, Ocam Rasier am Ende, es ist besser zu denken, dass, äh, äh, die Kornkreise sind nicht, äh, von Allianz gemacht oder auf jeden Fall bis jetzt haben wir keine Beweise, dass sie sind von Allianz gemacht. So, äh, sind wir jetzt am Ende von äh, äh, der, 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 äh, gemacht. Und jetzt können Sie die Wahrscheinlichkeitsregler und mit allen die Informationen, die ich habe Ihnen gegeben habe, Sie können selbst positionieren, diese Information auf der Wahrscheinlichkeitsregler. Ich bin da, aber ja, das spielt keine Rolle. Sie können überall, wo Sie wollen sein. Und danach können Sie diese Information speichern in Ihrem Kopf und wichtig, bis neue Informationen kommen. Es ist wichtig, wir haben schon gesehen, flexibel zu sein mit die Wahrscheinlichkeitsregler. So, vielen Dank, dass Sie haben diese Video angeschaut. Bleiben Sie skeptisch. Bye-bye.